Ja, pass auf, Kollege, sonst stelle ich mich noch wie ein Herzkasper hier oder sowas. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber scheiß, das will ich jetzt schon gar nicht mehr machen. Meinst du, wir können in der Kanal der Aktionen-Funkgerät zuhören? Da wette ich drauf. Der Teel gerade frisst? Vergiss es, der Kerl ist ein Übergenauer. Du benutzt deinen Ausrüst und nur für Berichte. Er soll auch ein Feigling sein, ich wette, ich könnte ihn aggressiv überzeugen. Verdammt, du setzt wirklich alles auf eine Karte, oder? Das ist eine Investition. Okay, genug geplaudert. Wieder gleichzeitig. Der jetzt schon mit da hinten rum? Das war schlecht. Ich dachte, da soll ich messern, ey. Zwei Kerle oben, direkt übereinander. Mach beide platt. Scheiße. Gucke ich mal, ob ich einen Tufel vor Wann hinlegen kann. Ja. Folge mir. Tu ich. Schon die ganze Zeit. Nimm mich mit. Zeige mir den Weg. Nimm mich mit. Die anderen warten schon. Von wem ist das? Tu ich doch. Von wem ist das Lied? Schreit es mir jetzt in die Kommentare. Wir sichten noch ein paar Ziele. Auf dein Kommando, Kollege. Erste Markierung. Veranda. Ostseite. Na ja, meiner schwingt schon wieder so extrem aus. Ah, ich verstehe. Wenn ich mich ducke, ist er ein bisschen ruhiger, als wenn ich stehen würde. Ich verstehe. Den Scharfschützen oben kriegen wir jetzt erwischt ihn. Den konnte ich vorher nicht erwischen, oder was? Mist. So viel in Sachen Heimlichkeit. Wir wurden entdeckt. Angreifen. Was war das denn jetzt? Was hat er mich denn jetzt entdeckt? Wo ist er denn? Acht auf deine Gesundheit. Begib dich in Deckung, um dich zu erholen. Oder benutze einen Sanitätskasten. Äh, Sanikasten. Wenn du einen hast. Ich habe welche, aber ich weiß nicht, wie ich die einsetze. Kein Plan. Ja, ja. Ja, ja. Nachladen hier. Äh. Erste Markierung, Veranda, Ostseite Jetzt will ich verarschen jetzt! Er hat doch keinen Plan, Leute! Er wird mir aber nicht angezeigt, der Gegner, der da kommt! Und den einen habe ich im Schuss abgeballert! Was für ein Bullshit ist das denn jetzt hier? Ja, fresse jetzt! Und statt dass es einfach da oben dann irgendwie speichert! Nein! Wir sichten noch ein paar Ziele auf mein Kommando! Erste Markierung, Veranda, Ostseite! Den Scharfschützen oben kriegen wir jetzt! Erwischt ihn! So hoffentlich sehen sie mich diesmal nicht, ey! Mist! So viel in Sachen Heimlichkeit! Ich glaube es ist eine automatische Angelegenheit, dass wir entdeckt werden, ganz ehrlich! Boah, kommt her! Ja! Ich weiß auch den Schocken, der jetzt hier hoch läuft! Ganz ehrlich! Ja, es kommt doch keiner oder was! Aber er ist die ganze Zeit in Ich hab keinen Plan, wer mich jetzt gerade sehen will Ich weiß nicht, wie er mich im Visier hat Was denn? Hat er noch ein Messer geworfen, als er gestorben ist, oder was? Leute, die ganze Zeit warten ich auf diesen kleinen behinderten Schwuchtel-Drecksvieh Und kommt und kommt und kommt nicht Dann drehe ich mich einmal um und ist er da, oder was? Spiele ich gerade online? Noch ein paar Ziele auf mein Kommando Erste Markierung Veranda Ostseite Den Scharfschützen oben kriegen wir jetzt, erwischt ihn! Mist, so viel in Sachen Heimlichkeit Wir wurden entdeckt, angreifen! Ich kann einen Zweiter, oder was, ey? Na los, komm! Warte, du Nigger! Der letzte Spotten Wo ist der? Sehen das? Schmeiße voll Jetzt auf die Jagd Zeig ich zu Kümmerling Zeig ich zu Kümmerling Nicht Es wird nicht einfacher Wie man sich schon sagt Lass die Spiele beginnen Der Anzeigetafel zufolge liegen wir schon vorne Großspuriger Hohenzolle Wann der jetzt mich? Make it real! So, nachladen wir hier Ich sehe den Kommunikationsaußenposten Wir sind nah dran Zwei Ziele vor uns Ich den Linken, du den Rechten Muss das Kommunikationszentrum sein bei der fetten Antenne Da muss es Informationen über die Transaktion geben Wir müssen den Operator verhören Am besten machen wir die Good Cop Bad Cop Nummer Was hältst du von der altmodischen Art? Zwei Karne mit Klamm Das geht auch Habt's auch irgendwie Egal 1, hier ist Dispatch Alle Sektoren berichten Hier ist Eagle 1 Sektor 3 ist grün Nichts Ungewöhnliches Eagle 1 Wir haben keine Verbindung zu Außenposten Alpha Können wir jemanden hinschicken? Hör gut zu Was du in den nächsten Sekunden tust Entscheide darüber ob du lebst oder stirbst Hast du verstanden? Fahr zur Hölle arme Schwein Du bist tot Das ist aber nicht nett Wo wird die Transaktion stattfinden? Ich weiß es nicht Wie du willst Stopp, nicht schießen Ich weiß nur, dass man nur mit einem Boot dahin kommt Lass den Scheiß Bitte, mehr weiß ich nicht Ich schwöre beim Leben meiner Kinder Dias, such nach einem Boot Ich werde diesen Typen jetzt bearbeiten, bis er redet Alles klar, aber knebel ihn, damit er nicht so schreit Okay, okay Die zahlen mir nicht genug für diesen Scheiß Sucht nach einem verlassenen Kloster Ihr gelangt über den Fluss dorthin Aber erst müsst ihr durch die Höhlen kommen Mehr weiß ich nicht Ich schwöre Das ist schon besser Und jetzt schon gute Nacht Super Das war es auch endlich mal mit diesem Scheiß Level Meine Fresse Ich kriege auch langsam wieder ein Gefühl in meinen Mund wieder Mwahaha Ich fange an zu kribbeln Das ist jetzt nur vorne die Lippe Die ist ein bisschen taub Freut euch für mich Leute Freut euch gefällt euch! Und auch der Link zu unserem Blog Wenn wir auch nochmal Ja Habe ich das nochmal kurz ankündigt Ich weiß nicht Auf jeden Fall haben wir das nochmal als Blog Und Ja Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt Schrollet alles in die Kommentare, Ideen, Vorschläge und Wünsche Ich werde sie mir gerne ansehen Auch als persönliche Nachricht Gerne gehabt Und hoffentlich sieht man sich mal online Tschüss!